Kennen Sie dieses Trikot? Na, blauer Stoff, weiße Zacken und auf der Brust prangt der Schriftzug Norder? Keine Ahnung? So ging es Lewin Mais auch zunächst. Doch dann hat sich der Volontär der Nordsee-Zeitung auf Spurensuche begeben. Mit Zeitzeugen, Flohmarkthändlern, Archivaren, ehemaligen Profis, Legenden und sogar Arnd Zeigler hat er gesprochen. Die zentrale Frage, was hat es mit dem blauen Trikot auf sich und wie ist es nach Bremerhaven gekommen? Wir verraten nur so viel. Das Trikot hat etwas mit Fußball zu tun.